Die Essstörung gehört in die medizinische Schublade und Kategorie der sogenannten Verhaltensstörungen, bei denen das Essverhalten nicht mehr primär durch Hunger und Sättigung reguliert wird, sondern in den Dienst des psychischen Gleichgewichts gestellt wird überwiegend. Das heißt, man erreicht durch sein Essverhalten eine psychische Beruhigung auf eine Art und Weise. Das geht einerseits zum Beispiel durch eine massive Nahrungskarenz, also ich kontrolliere meinen Hunger und beherrsche ihn, verliere dann natürlich erheblich Gewicht, das nennt man dann Magersucht oder Anorexia nervosa. Ich kann auch anfallsartig extreme Mengen von Essen zu mir nehmen, mich dadurch zum Beispiel beruhigen, Spannung abbauen, das kann unterschiedliche Effekte haben. Wenn ich dann diese aufgenommene Nahrung in mir behalte, spricht man von Binge-Eating, was auch mit einer starken Gewichtszunahme verbunden ist und Übergewicht, wenn ich wieder erbreche, würde man es Essbrechsucht, also Bulimia nervosa nennen. Das sind die häufigsten Verhaltensauffälligkeiten in unserer westlichen Welt, was Essverhalten angeht. Vertraue und speziell Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020